ein zurecht ich krieg den typ krieg die nicht da ja ich muss ja weitermachen ich muss es doch irgendwie schaffen gegen die drei nur ich kann nichts machen weil ich keine truppertränke mehr habe doch klärt mir doch nicht ja ich kann nichts machen kann ja ich will schlugen was ich kann nichts machen weil er ständig irgendwas anders macht du sollst dringend drauf gehen mit ich will nicht machen warum ist das für eine nummer So, Nummer 1 ist tot. Das ist der, ich war, greif doch an, ich hatte zwei weg von denen. Und dann greifst du mich die ganze Zeit an, ey. Ich will doch nur das an. Mann, wenn ich mich nicht tausendmal... Doch, erklärt ihr ein bisschen was? Und dann muss es die clips Und dann sch Devon erstmal oder oder zur Das war's für heute. Ich bin ab doch besiegt. Ich bin doch... Mann, ich bin doch geschützt. Protego, Protego. Ja, ich will's machen. Ich darf es nicht. Weil er mich dann da... Und man sagt, nö, dann greifst du halt direkt. Guck mal, wie braucht man dich jetzt verklären? LUMOS! Ich will doch mal! Ey, das macht... Du machst nicht, was ich will! Du machst nicht, was ich will! Willst du noch eine Runde? Ja, ich will noch eine Runde. Aber wenn immer... Darf ein Charakter auch mal machen, was ich will? Nein, ich möchte Protego einsetzen. LUMOS! Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. LUMOS! ALCHIAT! ALCHIAT! LOF! Eufaique... ALCHIAT! was machst du da ich will doch mal darf ich dich angreifen darf man nicht mehr mir angreifen nein und darf nicht man muss irgendwas machen aber bloß nicht das richtige nee das richtige ist absolut falsch das muss ja voll gelohnt ja 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 Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 wir haben gewonnen jetzt mal endlich was für ein aktier ich habe geschafft ja aber nicht jetzt aufgabe alle schön auftrag schließe dem und abgeschossen sehr gut gut wir haben den akt abgeschlossen zumindest mal habe ich jetzt bekommen dafür wenigstens ausrüstung als irgendwas neues bekommen und ausrüstung scheinbar gerade nicht okay aber wir haben es hingekriegt das ist das war das allerwichtigste also guck mal was aufgaben jetzt wollen wir hier die nächste aufgabe an mir ok 2 von 4 beziehungsaufträge ok 0 von 6 alles klar sagen wir hier schießen zwei aufgaben ab so dann kommen wir mal im inventar nach was wir noch so haben so eine ausrüstung sieht nicht so aus als hätte man irgendwas gekriegt oder was ist das für ein akt gewesen mit drei leute gleichzeitig war ja so gekriegt dann drehen wir noch mal ein bisschen die verteidigung hoch so aus der schätzung der lege deren händler noch nicht freigeschaltet wir können die dinge zwar abgeben aber wir haben die noch keine legendären händler so kommen wir gerade aber hier noch irgendwas bespürungen aufträge da ist noch etwas weitlandschaft mit riesigen bäumen das haben wir auch schon fertig in der nächsten folge machen wir sowieso jetzt was anderes hier wiesen mein gott dass ich da gerade so ein bisschen mehr ausfällig auch auch also aber trotzdem jahr oder hände gemacht so kommen wir mal kurz auf die karte ich mach mal kurz kurz hier diesen wegpunkt weg ja ja ich will ja genau den wirklich aus dem so ja für die leute also hier bootshaus ist glaube ich das gleich ist das gar nicht der ort wo doch bootshaus ist doch da wo der snape quasi im film am mordet ja am mordet wurde ja ich glaube ja müsste ja eigentlich gut was ich sagen wollte in der nächsten folge gehen wir hier zum professor hackett würde ich sagen so darf ich wenn ich jetzt aufmacht die tür also sonst wäre sie gerade aufgegangen aber ist scheinbar nicht gut ich gucke gerade wegen aufgaben auf heute hier sprichst du nämlich professor hackett aufgabe lernen weil bis vor ich nicht weiter kommen mit den cd wir sehen in der nächsten folge gehen wir mal kurz hin und hoch ich wollte euch weiter machen hier eine rote trainingskollekt ich will sie fachsen das muss ich jetzt machen bis jetzt ich noch mal was machen ich muss die zauber kombination machen okay na gut dann machen wir das schon noch ich dachte ich mache zwei jahren dabei machen das noch schnell ich bin bereit zum schön dass du dran bleibst bist du bereit es zu probieren klar das wäre wundervoll zauber bevor die puppe landet es geht um das thema mit der puppe jetzt muss ich hoffe dass es so klappt okay wir müssen also das war nur nicht stell genug ich muss kein moment warten ach man kann wir warten wieso kriegen wir vier basis zauber ja ist doch ich hab doch sonst alles oder nicht ich habe sonst nichts frei was ist das ist das echt nur diese dinger hier oder was ich sollte vier basis zauber hinkriegen ich habe gar keine hand an oder was ich weiß wie ich fachs denn jetzt nicht verfügbar ich habe doch nur die vier dinger oder nicht ich habe nicht nie jetzt jetzt ich 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 Was ist das? ah ok verstehe gut und dann voll drauf easy peasy jetzt weiß ich wie es geht so nix ist fehlter das habe ich gesagt aber also schon klar feder drauf 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 oder weit zu schnell dreimal feder 123 ich bin zu schnell weil ich vier mal drauf geben also noch einmal feder 123 es ist doch nicht schwer das ist einfach nur ein bisschen zu schnell gedacht so haben wir uns ja jetzt oder was ich finde man erkennt seine schwächen besser beim üben als im duell jetzt bist du ein furchterregender gegner so auftrag abgeschlossen wir haben auftrag analysiert pro 6 aufgabe nummer eins und jetzt muss ich zurück der habe ich gerade richtig gequält der typ also liegt der hat mich gerade so ein bisserl gequält der kollege jetzt habe ich das ist ein bisschen auswahl geworden bin aber es ist manchmal so dass es dann ja wir haben es alle meine hingekriegt ist es keine anliegen versuch aber ich hab's denn gekriegt so so wir rücken uns kurz zu professor hecke zurück und dann geben wir mal feierabend für heute dann sehen wir uns in der nächsten folge auf jeden fall erst mal wieder dauert jetzt noch einen kleinen moment bis ich jetzt bei ihm bin ja bei ihr bin natürlich entschuldigung es ist ja eine frau professorin professorin heißt sie was ist ein rätsel oder nicht gut in der nächsten folge guck mal was die gute dame von tot ja 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 ja